Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich glaube, das Mikro läuft noch nicht, aber ich rede mal noch ein bisschen weiter, bis wir merken, ob irgendwas passiert. Noch passiert nichts. Ich schaue da oben Richtung Technik. Jetzt. Sehen Sie, man muss nur lange genug reden und dann klappt das sogar mit dem guten Abend sagen und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben gerade den Uhrencheck gemacht. Es ist einige wenige Minuten nach sechs und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier begrüßen darf. Mein Name ist Georg Schütte. Ich bin Generalsekretär der Volkswagen Stiftung und freue mich, dass ich mit Ihnen allen, insbesondere auch Frau Professor Hoffmann, Herrn Professor Siegrist und Herrn Armbrüster begrüßen darf, die alle mit Ihnen, die Sie Freunde und Freundinnen der Leopoldina Lecture sind, die den Abend für uns gestalten, wenn ich das so sagen darf, mit Ihren Beiträgen und der Moderation. Für mich ist das die zweite Leopoldina Lecture. Ich bin seit Beginn des Jahres Generalsekretär, also eine Art Geschäftsführer der Volkswagen Stiftung. Und ich muss sagen, das war ein ungewöhnliches Jahr, weil seit März geht es mir wie Ihnen allen. Wir sind in einer Situation, die durch diese Pandemie geprägt und mitbestimmt ist und versuchen, seitdem kontinuierlich eine Art von neuer Normalität, wie das so heißt, auszuloten. Im Moment ist das Adjektiv Neue eigentlich das Beständige, weil die Situation sich kontinuierlich immer wieder verändert. Sie sehen einiges an dieser Situation, an diesem Setting hier. Wir haben sie auf Abstand gesetzt. Wir haben sie mit einem Set an Hygieneregeln versorgt und hoffen, dass es damit klappt. Wie das auf Dauer gelingen wird, ist für uns alle ein offenes Experiment. Zwischenzeitlich war das Schloss hier weitestgehend geschlossen. Über den Sommer haben wir begonnen, uns wieder in die Formate hineinzuwagen und in dieser Art des Arrangements drücken Sie uns allen die Daumen, dass das weiterhin so klappt und wir dieses Schloss weiterhin als Begegnungsort haben können für den Austausch über wichtige wissenschaftliche Ergebnisse, über kluge Einsichten. Das ist unsere Idee und wir hoffen, dass uns das weiter gelingen kann. Einige von Ihnen, die das Programm, zumindest die Programmankündigung gesehen haben, erwarten an dieser Stelle auch Herrn Professor Haug, den Präsidenten der Leopoldina. Da bitte ich um Nachsicht mit ihm. Er lässt sich entschuldigen. Er kommt aus Berlin, aus einem Risikogebiet und hat für sich entschieden, dass er in dieser Situation momentan nicht reisen will. Und ich glaube, da haben Sie alle, zumindest kann ich es für mich sagen, ich habe da volles Verständnis. Umso mehr ein Dank nochmal an Frau Professor Hoffmann, Herrn Siegrist, Herrn Armbrüster. Danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie Ihre Wege auf sich genommen haben aus unterschiedlichen Regionen. Und wie gesagt, hoffen wir, dass wir weiter reisen können. Das Thema ist ja eines, was, also ich bin immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Aber wenn wir über gestiegene Lebenserwartungen reden, dann ist das etwas, was uns zumindest alle betrifft. Und wenn ein Kind heute zur Welt kommt und ein Mädchen ist, dann liegt die durchschnittliche Lebenserwartung inzwischen bei über 83 Jahren. Bei Jungen ist es 78 Jahre. Und wenn man dann noch aktuelle Trends mit hineinrechnet, dann kann man sogar von Lebenserwartungen für Mädchen von über 90 Jahren bis zu 93 Jahren ausgehen. Und bei Jungen liegt sie dann bei um die 90 Jahre. Die Gründe sind vielfältig die bessere medizinische Versorgung, eine bessere Ernährung, höhere Sicherheit im Straßenverkehr, höhere Sicherheit am Arbeitsplatz. Und für Deutschland sicherlich auch ganz prägend und für die europäischen Länder eine niedrige Kindersterblichkeit und natürlich ein hohes Wohlstandsniveau. Aber dieses hohe Wohlstandsniveau leitet in gewisser Weise hin schon zu diesem einen Makel oder zumindest Bedenkenswerten in diesem sehr, sehr positiven Trend. Dass nämlich die Lebenschancen, die Lebenserwartungschancen sehr ungleich verteilt sind. Es zeigt sich, dass Menschen mit geringerem sozialen Status etliche Jahre früher sterben als solche, die gesellschaftlich besser gestellt sind. Und zwar nicht nur in den Extremen, bei den extrem Reichen und extrem Armen, sondern eher kontinuierlich. Also die Formel klingt fast frappierend einfach. Je reicher, desto gesünder, je ärmer, desto kränker. Und damit entsprechend weniger Lebenszeit. Und nicht nur Lebenszeit, die geringer ist, sondern auch Lebensqualität. Ein gesundes Leben im Alter in einer relativ langen Altersphase ist insbesondere ein Privileg derer, die gesellschaftlich besser gestellt sind. Also anders formuliert, ärmere Menschen werden auch eher gebrechlich und müssen mit größeren Beeinträchtigungen leben und alt werden. Die Leopoldina, unsere Nationale Akademie der Wissenschaften, hat sich dieses Themas angenommen. Der Beitrag Gesundheitliche Ungleichheit im Lebensverlauf ist im Jahr 2019, im vergangenen Jahr erschienen. Und Professor Sigris, der heute Abend hier ist, und Frau Professor Staudinger, eine ehemalige Kuratorin der Volkswagen Stiftung, Sie beide haben die Studie herausgegeben. In unterschiedlichen Fachbeiträgen gehen dort Autorinnen und Autoren diesem Thema nach. Und neben Herrn Professor Sigris ist Frau Professor Hoffmann eine derjenigen, die an der Studie als Autorin mitgearbeitet hat. Und von Ihnen beiden werden wir gleich mehr zum Thema hören. In der Volkswagen Stiftung haben wir uns dieses Themas im Rahmen verschiedener Förderprogramme unter der großen Überschrift Global Issues, globale Herausforderungen angenommen und haben dort das Thema soziale Ungleichheit auch in internationaler Perspektive bearbeitet oder bearbeiten lassen. Wir sind eine wissenschaftsfördernde Stiftung, die das Geld dafür zur Verfügung steht, dass kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier zusammenarbeiten. Unter der Überschrift globale Herausforderungen tun das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und Europa gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen aus dem sogenannten globalen Süden. Wir wollten nicht die Perspektive der Nordhalbkugel hier zum Maßstab nehmen, sondern in der Tat im Austausch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, diesem Thema der globalen Ungleichheiten tiefer auf den Grund zu gehen. Und die Teams tun das mit ganz unterschiedlichem Fokus. Sie schauen auf Zugang zu unterschiedlichen Energieformen, zu Wasserressourcen. Sie schauen auf die Ausbeutung von Arbeitskräften, schauen aber auch auf Möglichkeiten der Nutzung neuer Technologien, insbesondere neuer digitaler Technologien. Also ein breites Spektrum. Die Teams haben gerade erst ihre Arbeit aufgenommen und wir sind gespannt, was in den nächsten Jahren dort an Ergebnissen herauskommt. Ich glaube schon, dass es ähnliche Beobachtungen und sicherlich auch ähnliche Differenzierungen gibt, wie wir sie heute zu einem sehr speziellen Thema dann aus der Perspektive der Leopoldina und dieser Leopoldina-Studie hören werden. In dem Sinne freue ich mich auf die Debatte und danke ganz am Ende unter anderem zwei guten Geistern, die geholfen haben, dass wir uns hier treffen können. Und Lena Diekmann von der Leopoldina ist heute hier zu Gast und meine Kollegin Anke Havert-Feie, da muss ich suchen, die sitzt ganz hinten in der letzten Reihe. Sie beide haben dazu beigetragen, dass das alles heute Abend so wunderbar klappt. Ihnen auch einen vielen herzlichen Dank und uns allen jetzt wünsche ich einen lehrreichen Abend und interessante Debatten. Und jetzt übernimmt Herr Armbrüster. Vielen Dank, Herr Armbrüster, dass Sie da sind und danke, dass Sie jetzt übernehmen. So, ja, ich probiere das auch mal. Oh ja, das geht schon, das Mikrofon. Ja, vielen Dank, Herr Schütte. Dankeschön, schön, dass Sie hier sind, Herr Schütte. Sie haben es schon gesagt, das alles hier steht natürlich auch unter dem Corona-Eindruck. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Monaten schon mal hier stand und da haben wir natürlich wesentlich dichter gedrängt gesessen. Das alles hier, alles Maßnahmen, die in diesem Corona-Herbst nötig sind. Ich hoffe, dass Sie trotzdem gemütlich sitzen und sich freuen auf wirklich spannende Informationen und Analysen, die wir in den kommenden anderthalb Stunden hier hören werden. Sie haben es schon gesagt, Herr Schütte, dieser große Begriff, man kann es wahrscheinlich auf diese Formel bringen, je reicher, desto gesünder, je ärmer, desto kränker. Ich bin gespannt, was Herr Sigrist gleich dazu sagen wird. Das ist natürlich ein Feld, wo es für mich zumindest, als ich mich eingelesen habe, einige Überraschungen gegeben hat. Und ich bin froh, dass wir zwei Referenten hier heute haben, die sich so lange und so intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Das sind natürlich nicht nur Analysen, sondern daraus ergeben sich auch konkrete Politikvorschläge. Es geht letztendlich auch um Gesundheits- und Sozialpolitik, über die wir heute sprechen werden. Und da freue ich mich natürlich auch später am Abend auf die vielen Fragen, die es sicher gibt, aus dem Publikum. Zuallererst würde ich gerne unsere erste Referentin vorstellen. Das ist Barbara Hoffmann, Universität Düsseldorf, Humanmedizinerin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren, vor allen Dingen mit Fragen der Luftverschmutzung und mit der großen Frage, woran das liegt, dass Menschen, die in bestimmten Regionen leben, von der Luftverschmutzung stärker betroffen sind als in anderen. Und welche Auswirkungen das in verschiedenen Stadtteilen, aber auch in verschiedenen Ländern hat. Sie forscht dazu nicht nur in Regionen in Deutschland, sondern auch weltweit. An vielen Orten, an denen Luftverschmutzung ein riesiges Problem ist. Sie hat vorher geforscht in Bielefeld in Essen unter der Harvard School of Public Health. Wie gesagt, inzwischen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ihr Vortrag lässt sich treffend überschreiben mit dem Schlagwort Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, welche Krankheiten du hast. Barbara Hoffmann, herzlichen herzlich willkommen. Bitte. Ja, vielen Dank für die netten Worte zur Einleitung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Ihnen aus der Forschung, die ich selber mache, aber auch viele Kollegen weltweit durchführen, einige Erkenntnisse geben zu können. Und der Titel wurde ja gerade schon genannt. Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, welche Krankheiten du hast. Und ganz speziell möchte ich darauf eingehen, wie die Umwelt zur gesundheitlichen Ungleichheit beiträgt. Und außerdem noch, was können wir denn tun, um das zu verbessern, die Situation. Ja, beginnen möchte ich mit einer Thematik, die Ihnen sicherlich schon bekannt ist, und zwar räumlicher Verteilung von Erkrankungen. Hier sehen wir einmal, wie die globale Krankheitslast verteilt ist, in unterschiedlicher Weise. In dem oberen Bild, ich weiß nicht, kann man mich hören, wenn ich nicht direkt ins Mikro spreche? Ja, das wird dann ein bisschen umständlich. Einfach reden. Einfach reden, ah ja, alles klar. Gut, weil dann kann ich nämlich hier auch ein bisschen besser zeigen. Hier auf dem oberen Bild sehen Sie die Verteilung der Krankheitslast, gemessen in einem Maß von, ja, eine Kombination, diese Dallis von vorzeitigen Todesfällen und Leben mit einer schweren Erkrankung, für nicht übertragbare Krankheiten. Das sind die chronischen Erkrankungen wie koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Diabetes, Mellitus und Ähnliches. Und da sehen wir typischerweise, dass vor allen Dingen die entwickelten Länder sehr stark betroffen sind, insbesondere vor allen Dingen auch der Europäische Osten. Ganz anders sieht es aus, wenn man sich die Krankheitsgruppe der übertragbaren, reproduktionsbedingten und ernährungsbedingten Erkrankungen anschaut. Reproduktionsbedingt, das sind also zum Beispiel Krankheiten der Frau während der Schwangerschaft oder unter der Geburt und des Neugeborenen. Und hier sehen wir ein ganz anderes Muster. Hier sind vor allen Dingen die weniger entwickelten Länder betroffen. Das ist jetzt, denke ich, für viele nicht so ganz neu. Interessant wird es, wenn wir uns das jetzt mal anschauen im kleinen Raum, wie ist das denn bei uns? Und hier habe ich Ihnen ein Beispiel aus Düsseldorf mitgebracht. Wie sieht es denn da mit der Krankheitshäufigkeit aus? Und für viele mag das überraschend sein, selbst in einer Stadt wie Düsseldorf, der es eigentlich sehr gut geht, sehen wir für zwei ganz unterschiedliche Krankheiten, nämlich Diabetes und chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, dass es über die Stadtviertel hinweg gesehen, den es Stadtviertel gibt mit sehr vielen Erkrankungen an diesen Erkrankungen und recht wenigen. Und die Muster sind frappierend ähnlich, obwohl es sich um ganz unterschiedliche Krankheiten handelt. Wir sehen also hier ganz typische Verteilungsmuster, auch innerhalb Deutschlands sehen wir hier ganz erhebliche Unterschiede, je nachdem, wo man wohnt, sieht man viel oder wenig von diesen Krankheiten. Ja, woran kann das jetzt liegen? Welche Faktoren aus der Umwelt könnten denn da eine Rolle spielen, die sich so in solchen Unterschieden niederschlagen? In der Stadt haben wir eine ganze Menge Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen, die bedingt werden durch den Verkehr, Industrie, Energieerzeugung und Müllverbrennung. Und die produzieren dann typischerweise Luftverschmutzung, Lärm, Verbrauch von Grünflächen, Entstehung von Hitzeinseln in der Stadt und produzieren eine Reihe von Lebensstilfaktoren, unter anderem ganz wichtig den Bewegungsmangel. Ja, Lärm und Luftverschmutzung gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier ein Beispiel der Stadt Hannover. Sie sehen hier, das ist die Lärmkartierung der Stadt Hannover. Hannover ist im Übrigen die lauteste Stadt in Deutschland, falls Sie das noch nicht wussten. Und hier sehen Sie ganz typisch bestimmte Regionen, die halt sehr stark von Lärm belastet sind und in anderen ist es sehr ruhig. Und ganz ähnlich auch für Luftverschmutzung, hier am Beispiel von Stickstoffdioxid, was ja letztes Jahr eine große Berühmtheit erlangt hat, weil wir in Deutschland an vielen Messstationen den gesetzlichen Grenzwert für Stickstoffdioxid nicht einhalten. Und auch da sieht man ganz typisch, es gibt bestimmte Bereiche in der Stadt, die sind sehr stark belastet und andere Bereiche sind wenig belastet. Und ich sage Ihnen bestimmt nichts Neues, wenn ich sage, das ist nicht zufällig verteilt und wer da wohnt, das ist auch nicht zufällig verteilt. Wer es sich leisten kann, der wohnt nicht an einer lauten Straße mit viel Luftverschmutzung und viel Dreck, sondern wer es sich leisten kann, der zieht in ein schönes grünes Wohngebiet mit guter Luft und wenig Lärm. Also diese Umweltfaktoren, die sind nicht zufällig verteilt auf die Bevölkerung. Wir haben uns das mal in einer Studie, die die Volkswagen Stiftung gefördert hat, mal genauer angeguckt. Und zwar ist das eine Studie im Ruhrgebiet, die sogenannte Heinz-Nixdorf-Recall-Studie, die 5000 Probanden im Ruhrgebiet über inzwischen 20 Jahre beobachtet und schaut, was sie für Erkrankungen kriegen. Und wir haben uns mal verschiedene Umweltfaktoren angeguckt bei jedem dieser Probanden. Wohnen die innerhalb von 100 Metern zu einer großen Straße? Oder wie viele Fahrzeuge fahren im Umkreis von 50 Metern um die Wohnadresse? Wie viel Lärm haben sie an der Wohnadresse? Die Arbeitslosenquote im Viertel und das Einkommen im Wohnviertel. Und während für verschiedene Faktoren hier wie Geschlecht und Alter und Familienstand wir da eigentlich keine großen Unterschiede gesehen haben, fällt auf, dass es sehr starke Gradienten nach der Bildung gibt. Und das, was Herr Schütte eingangs gesagt hat, je reicher, desto gesünder, würde ich jetzt mal umwandeln in je besser gebildet, desto gesünder. Und je weniger gebildet, desto kränker. Das sehen wir hier sehr deutlich. Also insgesamt kann man sagen, wir sehen eine ganz erhebliche Häufung von schädlichen Umweltfaktoren bei sozial Schwachen und sozial Schwache und wenig gebildet geht häufig einher. Ja, welche, jetzt springen wir so ein bisschen und reden mal speziell für ein Beispiel, nämlich über die Luftverschmutzung als einen dieser wesentlichen Faktoren. Was löst das denn nun eigentlich aus? Also die Tatsache, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders stark der Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Und diejenigen, die letztes Jahr hier waren, werden sich vielleicht an das Bild erinnern. Das hat nämlich Frau Dr. Schneider letztes Jahr gezeigt hier. Das ist einfach nur eine Zusammenstellung der Effekte von Luftverschmutzung auf den Körper. Und wie Sie sehen, es fängt oben im Gehirn an und es endet an den, ich sag mal, an den Beinarterien, die schneller verkalken als bei Leuten, die wenig Luftverschmutzung einatmen. Darüber hinaus, also dass die Luftverschmutzung auf die Lunge wirkt, ist, glaube ich, allen ein Begriff und keine Überraschung, aber außerdem wirkt die Luftverschmutzung auf das Herz. Gehirn, habe ich gerade schon gesagt, auf den Stoffwechsel. Unter anderem löst Luftverschmutzung die Zuckerkrankheit aus, den Diabetes. Wirkt auf das Gefäßsystem und führt zu vorzeitiger Verkalkung der Gefäße. Und sie wirkt auf die Fortpflanzung. Wir wissen, dass Kinder von Frauen, die während der Schwangerschaft in stärker verschmutzten Gegenden gelebt haben, dass diese Kinder bei der Geburt leichter sind und auch häufiger als Frühgeburten zur Welt kommen. Ja, das ist nicht gut. Das ist auch allen bewusst. Und deswegen gibt es Gesetze, die unsere Luft reinhalten sollen in Deutschland und in Europa. Die Luftqualitätsgesetzgebung ist Europasache und wird deswegen von der Europäischen Kommission reguliert. Und das Gesetz, unter dem wir zurzeit noch leben, ist das Gesetz vom 21. Mai 2008, die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Luftqualität und saubere Luft. Und die regelt dann hier die Luftqualitätsstandards für unterschiedliche Luftschadstoffe. Die Liste geht ja natürlich noch weiter. Ich habe das hier abgekürzt, weil es nicht alles drauf passt. Ja, und wenn man dann mal diese gesetzlichen Grenzwerte nicht einhält, dann kommt es zu dem, was wir vom letzten Jahr alle noch gut kennen, nämlich unter anderem Fahrverbote, Straßensperrungen und ähnliches. Ja, jetzt sagt das Gesetz noch einige bestimmte Dinge, und zwar in der Präambel sagt das Gesetz, dass die schädliche Auswirkung auf die menschliche Gesundheit möglichst gering sein soll. Und es sagt außerdem, dass man vor allen Dingen auch besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen dabei berücksichtigen soll. Also der gesetzliche Grenzwert soll nicht einfach nur da sein, wo der Großteil der Bevölkerung geschützt wird, sondern er soll so niedrig sein, dass tatsächlich auch die besonders empfindlichen Menschen geschützt werden. Ja, wer sind jetzt die besonders empfindlichen Menschen? Das sind schon mal alle Menschen, die eine chronische Herz-Kreislauf-Erkrankung haben. Zum Beispiel Menschen mit Asthma oder mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung oder Menschen mit einer koronaren Herzerkrankung oder einer Herzschwäche. Menschen mit Durchblutungsstörungen im oder zum Gehirn und natürlich auch Menschen mit eher seltenen Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose oder Lungenfibrose. Das ist aber noch nicht alles. Menschen mit hohen Risikofaktoren für kardiopulmonale Erkrankungen gehören ebenso dazu. Also zum Beispiel Menschen mit einem hohen Blutdruck oder mit hohen Blutfettwerten. Ebenso Menschen, die unter Risiko stehen, einen Diabetes mellitus zu entwickeln oder eine Demenz zu entwickeln. Die sind auch besonders empfindlich. Dann eben schon genannt Ungeborene, Neugeborene, Kinder und alte Menschen, weil die in aller Regel noch nicht so gut entwickelte Abwehrsysteme haben, um sich gegenüber den schädlichen Einflüssen der Luftverschmutzung entsprechend zu wehren. Schwangere, für die gilt das Gleiche. Dann eben genannt Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, weil die auch in aller Regel deren Abwehrmechanismen oft schon erschöpft sind. Und bestimmte ethnische Gruppen, entweder aufgrund ihrer Lebensweise oder bestimmte Gruppen aufgrund spezifischer genetischer Voraussetzungen, sind besonders empfindlich und, 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 und. Und wahrscheinlich ist es so, dass Sie sich jetzt auch in irgendeine dieser Gruppen einordnen können. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine kleine beschränkte Gruppe an empfindlichen Menschen. Eigentlich gehört fast jeder in irgendeine dieser Gruppen und ist damit auch empfindlich gegenüber Luftverschmutzung und sollte eigentlich auch ganz speziell geschützt werden. Ja, wie kann denn jetzt unter dieser Situation effektiver Gesundheitsschutz aussehen? Bei Corona habe ich jetzt gerade gelesen, da haben jetzt mehrere Forscher gesagt, also diese Herdimmunität, nicht die Herdimmunität, der Schutz, vor allen Dingen der empfindlichen Bevölkerungsgruppen, der funktioniert nicht gut, weil eigentlich es unheimlich viele empfindliche Bevölkerungsgruppen gibt. Das ist ganz ähnlich wie hier. Wir müssen im Prinzip die ganze Bevölkerung schützen. Und wie kann das aussehen? Und ich gehe jetzt mal zurück ins Jahr 1985, wenn Geoffrey Rose, der Vater der modernen Prävention, eine wegweisende Publikation gemacht hat. Und zwar geht es hier um Folgendes. Man stellt sich irgendeinen Risikofaktor vor, der auf das Eintreten von einer schweren Erkrankung erhöhte. Zum Beispiel hat er hier genommen den systolischen Blutdruck und die schwere Krankheit wäre dann das Eintreten eines Herzinfarktes. Und man sieht jetzt hier in der fetten Linie die Verteilung des Blutdrucks in der Bevölkerung. Ein kleiner Teil hat Werte über 180. Die sind natürlich ganz besonders stark gefährdet, einen Herzinfarkt zu entwickeln. Aber es gibt auch Leute mit einem sehr niedrigen systolischen Blutdruck. So, was man jetzt machen kann, wenn man Herzinfarkten vorbeugen will, dann kann man sagen, okay, wir definieren jetzt irgendeinen Wert. Oberhalb von diesem Wert behandeln wir jetzt alle Leute und dann senken wir damit das Risiko für Herzinfarkte. Das ist das, was wir typischerweise in der Medizin machen, wenn Sie zum Arzt gehen und der misst Ihren Blutdruck und der ist dauerhaft sehr hoch, dann wird er Sie mit Medikamenten behandeln und wird Lebensstilveränderungen vorschlagen und so weiter, um Sie aus dieser Hochrisikogruppe zu bekommen. Das nennt man die Hochrisikostrategie und davon profitiert im Prinzip dieser Teil der Bevölkerung, also ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Eine andere Strategie wäre oder eine ergänzende Strategie, dass man versucht, die ganze Verteilung nach links zu verschieben in die Bereiche des niedrigeren Risikos. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Salzrestriktion in Nahrungsmitteln herbeiführt oder indem man zum Beispiel die Städte so gestaltet, dass man sich gerne und viel bewegt und ähnliche Dinge. Und wenn man diese Strategie anwendet hier, dann profitiert die gesamte Bevölkerung davon. Das heißt, nicht flatten the curve wie bei Corona, sondern hier machen wir jetzt shifting the curve, hat erheblich größere Effekte auf die Gesundheit der Bevölkerung als die Hochrisikostrategie, weil hier wirklich alle betroffen sind und profitieren können von den Änderungen. Das Ganze steht unter einer Voraussetzung, nämlich dass dieser Risikofaktor tatsächlich auch auf allen Leveln der Belastung wirkt. Dass es also tatsächlich auch Nutzen macht, wenn ich den Blutdruck von 120 auf 110 absenke. Jetzt ist die Frage, wie ist das bei Luftverschmutzung? Kann man das auf die Luftverschmutzung übertragen? Dazu hat das Health Effects Institute in Boston, ein großer Forschungsförderer im Bereich der Luftverschmutzung, ein großes Forschungsprogramm durchgeführt, ausgeschrieben. Da geht es speziell um die Fragen, bis zu welchem Level bei niedriger Luftverschmutzung kann man denn die Effekte von Luftverschmutzung tatsächlich erkennen und wie sieht dann die Dosis-Wirkungsbeziehung aus? Also sprich, finden wir irgendwo im Niedrigdosisbereich vielleicht einen Schwellenwert und unter dem ist alles gut. Und dann wüssten wir für die Gesetzgebung alles klar, wir müssen den Wert bis dahin absenken und dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, also diese Studien, dieses Programm wurde durchgeführt und wir sind noch nicht fertig, aber der Abschlussbericht ist eingereicht. Wir haben selber bei der ELEPS-Studie hier mitgemacht, das ist der europäische Teil dieses großen Forschungsprogramms. Wir waren hier mit zwei deutschen Kohorten vertreten, einmal der Heinz-Nixter-Freakoll-Kohorte im Ruhrgebiet und der CORA-Kohorte in Augsburg. Dann gab es ein großes Projekt in Kanada und ein großes Projekt in den USA. Alle diese drei Riesenprojekte haben mehrere Millionen Probanden in ihre Studien eingeschlossen. Bei uns in Europa waren es glaube ich 38 Millionen, in den USA waren es 65 Millionen Menschen. In allen diesen Projekten wurde die Luftqualität am Wohnort der Probanden mit ganz aufwendigen Modellierungen erfasst, ermittelt und erfasst. Wir haben außerdem Informationen über weitere Umgebungsfaktoren, wie zum Beispiel Sozialstatus der Nachbarschaft, in dem die Probanden leben. Und wir hatten von den, zumindest von großen Teilen aus diesen Gruppen, auch ganz detaillierte Informationen über Lebensstilfaktoren. Also wie viel rauchen die, wie viel trinken die, wie viel bewegen sich die Leute, was essen die und so weiter. Das heißt, wir konnten mit sehr, sehr hoher Präzision tatsächlich die Effekte von Luftverschmutzung isolieren. Ja, und was haben wir gefunden? Hier sind die Ergebnisse der europäischen Studie. Wir sehen hier einmal für PM2,5, das ist der kleine Feinstaub, der besonders schädlich ist. Und für Stickstoffdioxid sehen wir lineare Beziehungen oder fast lineare Beziehungen mit der Mortalität auch unterhalb der jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte, die hier in rot eingezeichnet sind. Also hier der EU-Grenzwert für PM2,5, der liegt bei 25 und bis runter auf unter 5 Mikrogramm pro Kubikmeter sehen wir diese ganz klaren, deutlichen Effekte hier jetzt Beispiel für die Mortalität, also für das Sterbegeschehen. Die große Kohorte in den USA hat im Prinzip für PM2,5 was ganz Ähnliches gesehen, auch bis runter auf 5 Mikrogramm pro Kubikmeter sieht man diese klaren, deutlichen Effekte auf das Sterbegeschehen. Also das ist ein sehr starkes Signal, insbesondere sehen wir auch unterhalb der derzeitigen gesetzlichen Grenzwerte überhaupt nicht, dass da die Effekte weniger würden, im Gegenteil, wenn überhaupt werden sie sogar stärker. Wir sehen absolut keinen Anhalt für irgendeinen Schwellenwert, unterhalb dem dann alles gut wäre. Und ein weiteres Ergebnis dieser Studien war, dass die Effekte deutlich größer sind als das, was man bisher so in Modellrechnungen angenommen hatte oder auch das, was andere Studien vorher gezeigt hatten. Wir konnten also hier jetzt wirklich mit bisher nicht dagewesener Präzision da sehr große Effekte messen. Ja, was bedeutet das jetzt für unsere Kohorte im Ruhrgebiet, von der ich eben gesprochen habe, oder auch für die deutsche Bevölkerung oder für die europäische Bevölkerung? Hier ist auch mal wieder die Verteilung der Belastung für PM2,5, sozusagen analog zum systolischen Blutdruck, den ich eben gezeigt hatte. Hier ist der derzeitige Grenzwert der EU. Sie sehen, wir sind weit unter dem Grenzwert der EU, selbst in einer Region wie dem Ruhrgebiet, was man jetzt nicht unbedingt als Rheinluftregion bezeichnen würde. Ja, wie sieht es jetzt aus? Im nächsten Jahr soll ein neues Luftreinhaltegesetz erarbeitet werden. Was könnte man da vielleicht sich vorstellen? Also man könnte zum Beispiel den Grenzwert verschieben auf, ich habe jetzt mal angenommen, vielleicht 19 oder 18, runter von 25. Wenn wir das tun würden, dann würde dieser Teil der Bevölkerung profitieren. Das wäre relativ wenig, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand es ist, so die Grenzwerte überall so abzusenken. Man könnte sich aber auch denken, dass man versucht, die Belastung der gesamten Bevölkerung zu verringern und dann würde nämlich tatsächlich jeder davon profitieren. Wie sieht denn die Gesetzgebung tatsächlich aus? Ich hatte es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Im Moment haben wir bindende Grenzwerte für PM10, PM2,5, Stickstoffdioxid und einige andere. Das heißt, diese Grenzwerte, die müssen an jeder Station eingehalten werden und sie schneiden damit sozusagen die Spitzenexpositionen für alle beim gleichen Level ab. Also das, was wir auch beim systolischen Blutdruck eben hatten, ab einem Wert von 160 kriegt man Medikamente oder heutzutage ab einem Wert von 140. Der Nachteil an dieser Sache ist, ist der Wert einmal erreicht, zum Beispiel PM2,5 in Deutschland, da halten wir überall den Grenzwert ein, sinkt die Motivation, weiter was an der Luftqualität zu tun, obwohl, wie wir ja gerade gesehen haben, auch unterhalb der Grenzwerte die Luftverschmutzung ganz erhebliche Effekte ausübt. Außerdem besteht die Gefahr, und das haben wir letztes Jahr ganz gut gesehen bei der Dieseldiskussion, dass man unerwünschte Nebeneffekte hat durch Verschiebung der Belastung. Das heißt, in Hamburg war das ganz schön, da wurde dann eine Straße gesperrt für Diesel und dann fuhren die Dieselautos halt andersrum. Haben also wahrscheinlich sogar eine längere Strecke jetzt zurückgelegt und noch mehr NO2 emittiert, was dann aber auf Menschen gewirkt hat, die unterhalb des Grenzwertes belastet waren, wo man es dann nicht mehr gemerkt hat. Jedenfalls konnte man es dann eben nicht messen. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man dann einfach nur die Belastung in eine andere Gegend verschiebt. Die heutige Gesetzgebung hat aber noch ein anderes Element, und zwar gibt es noch den sogenannten Average Exposure Indicator. Das ist ein Maß, wird nur für den Feinstaub PM2,5 erhoben. Das ist ein Mittelwert über drei Jahre an allen Hintergrundstationen in einem Bundesland. Das heißt, da werden also aus Regionen, von Messstationen, die nicht direkt an der Straße oder neben einer Industrieanlage stehen, die Werte über drei Jahre gemittelt. Und die sollten dann eigentlich jedes Jahr um x Prozent geringer werden, so steht es im Gesetz. Im Moment gibt es dafür aber nur nationale Zielwerte. Also das ist so eine Regelung, naja, wenn man es hinkriegt, dann macht man es, aber wenn man es nicht hinkriegt mit der Reduktion, dann ist es auch nicht so schlimm. Und dieser Average Exposure Indicator, das wäre tatsächlich ein Ansatz für eine populationsbezogene Präventionsstrategie, wie ich sie eben genannt hatte. Wenn wir hier erreichen, dass es tatsächlich zu einer bindenden Absenkung der mittleren Belastung der Bevölkerung kommt, könnten wir tatsächlich riesige Gesundheitsgewinne abschöpfen. Ja, das bringt mich dann schon auch zu meinen Schlussfolgerungen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass die Krankheitslasten räumlich sehr ungleich in der Bevölkerung verteilt sind. Und dass Umwelt- und soziale Belastungen häufig gemeinsam vorkommen und sich vor allen Dingen dann auch in diesen Bevölkerungsgruppen ansammeln. Die Versuchung ist groß, einen Hochrisikoansatz zu wählen und dann sagen, okay, ich behandle jetzt nur diese Stellen, wo die Belastung ganz, ganz hoch ist und alles andere ist mir egal. Ich hoffe aber, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass das ein wenig vielversprechende Methode ist, sondern dass nachdem wir wissen, dass empfindliche Menschen tatsächlich überall wohnen, es viel sinnvoller ist, dass man tatsächlich versucht, die gesamte Kurve der Belastung zu verschieben. Also shifting the curve neben dem flatten the curve, was wir zurzeit wegen Corona machen. Das heißt, dieses Shifting the Curve würde tatsächlich zu riesigen Gesundheitsgewinnen führen. Aus Public Health Sicht sollten deswegen solche populationsbezogenen Indikatoren in der Luftqualitätsrichtlinie verankert werden. Nächstes Jahr ist die Chance dazu, dass wir das hinkriegen. Und insgesamt gesehen, ich habe Ihnen das jetzt an einem Beispiel der Luftverschmutzung gezeigt, aber für andere Umweltbelastungen, sei es Lärm, sei es Grünflächen und so weiter, gilt eigentlich das Gleiche. Ja und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, Fragen machen wir nachher. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Stichwort Autoindustrie, aber da haben wir gleich sicher Zeit, das noch genauer zu besprechen. Stichwort Ungleichheit, Ungleichverteilung, da sind wir bei unserem zweiten Referenten heute Abend. Johannes Sigrist, Professor Johannes Sigrist ist mit dabei, erforscht ebenfalls an der Heinrich-Eine-Universität in Düsseldorf und ist dort Senior-Professor für Psychosoziale Belastungsforschung. Und Professor Sigrist befasst sich, erforscht schon seit Jahrzehnten diesen Zusammenhang zwischen sozialem Status, der Stelle auf der sozialen Leiter, an der eine Person steht und was diese Stelle heißt für ihre Gesundheit. Was es da für einen Zusammenhang gibt und wie diese Ungleichheit sich im Laufe der Zeit verschiebt und wie die sich auch verschiebt, je weiter man hoch oder runter auf der sozialen Leiter geht. Das ist sein Forschungsgebiet, da hat er sich einige Expertise erworben und ich glaube, in Anlehnung an das, was Frau Hoffmann gesagt hat, könnte man ihren Vortrag überschreiben mit dem Schlagwort und sagt mir, wo du stehst auf der sozialen Leiter und ich sage dir, wie alt du wirst. Ich hoffe, da liege ich einigermaßen korrekt. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Professor Johannes Sigrist. Ja, herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute, hier bei Ihnen zu sein und natürlich auch auf die Diskussion, die wir dann im Anschluss an die Vorträge miteinander führen. Deutschland ist ein reiches Land, ist ein Land mit einer hervorragenden medizinischen Versorgung, mit einem guten, noch guten Wirtschaftswachstum und dennoch ist Deutschland ein Land, in dem Menschen, je nachdem, wo sie in der sozialen Leiter stehen, ganz unterschiedliche Lebenschancen haben. Wie Sie hier sehen, das sind Ergebnisse aus dem sozioökonomischen Panel einer großen Bevölkerungsstudie bei vielen tausend Menschen hier in Deutschland, getrennt nach Männern und Frauen und hier ist das Haushaltseinkommen als Indikator für die soziale Stellung genommen und man sieht hier in fünf Gruppen unterschiedliche Lebenserwartungen. Das sind diejenigen, die am wenigsten verdienen, das sind diejenigen, die am meisten verdienen und man sieht die Differenz zwischen ganz unten und ganz oben, sind 8,6 Lebensjahre im Durchschnitt für Männer und 4,4 Jahre für Frauen. Man sieht aber auch, und das hat Herr Schütter auch schon angedeutet, das Ganze durchzieht, das Muster durchzieht die gesamte Gesellschaftsstruktur. Auch diejenigen, die nur in der zweithöchsten Einkommensgruppe sind, haben schon eine geringere Lebenserwartung und das geht dann so durch die gesamte Struktur hindurch. Deshalb sprechen wir von einem sozialen Gradienten, einem Gradienten, der durch die gesamte Gesellschaftsstruktur hindurch wirkt. Das ist erstaunlich und das hatte man eigentlich nicht erwartet, gerade wo wir ein Land sind, das mit der gesetzlichen Krankenversicherung, mit dem medizinischen Versorgungssystem doch sehr gute Voraussetzungen für gleiche Gesundheitschancen besitzt. Deshalb die Frage, wo, also einmal, wie kann man überhaupt das genauer erfassen und wo kommt das her, wie kann man sich das erklären? Ich will mal ganz kurz noch sagen, dass Bildung einer von drei Indikatoren ist, mit denen wir die soziale Stellung von Menschen erfassen. Das ist ja etwas, was man sozusagen ein Konstrukt der Soziologie, Menschen jetzt in Schichten einzuteilen. Das tun wir ja nicht selber, aber Bildung, Beruf und Einkommen sind in der Tat sehr, sehr wirkungsvolle Hinweise auf die Lebenschancen, die ungleich verteilt sind in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Wir können damit sagen, dass die sozialen Schichten Bevölkerungsgruppen definieren, die sich hinsichtlich gleicher oder zumindest gut vergleichbarer Lebenslagen im Hinblick auf zentrale gesellschaftliche Vor- und Nachteile befinden. Also eine vertikale, eine Überunterordnung, eine vertikale Gliederung der Gesellschaft. Von dieser vertikalen Gliederung sind eben auch die Phänomene in der Gesundheit, Krankheit und Sterblichkeit betroffen, wie ich das an dem ersten Dia gezeigt habe, sodass wir sagen können, je höher die soziale Schichtzugehörigkeit ist, desto besser ist die Gesundheit. Wobei das ist keine Gesetzmäßigkeit, die für jedes Individuum gilt, sondern das ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Aussage, die eben für Gruppen, ganze Gruppen zutrifft und allerdings in den Konsequenzen dann eben doch dramatisch ist. Ich habe gesagt, dass wir in Deutschland eigentlich eine privilegierte Situation im europäischen und sowieso auch im Weltmaßstab im Vergleich haben, aber diese Form der sozialen Ungleichheit finden wir praktisch in allen modernen Gesellschaften, aus denen wir Daten haben und das sind die allermeisten Gesellschaften. Selbst die reiche Schweiz hat diese Ungleichheiten in ähnlicher Form. Also das ist in der Tat ein Phänomen, das universell ist und das alle modernen Gesellschaften betrifft und von daher natürlich eine enorme gesundheitspolitische Sprengkraft im Prinzip besitzt. Deshalb die Frage, wo kommt das her? Wie kann man das erklären? Und wie lässt die Frage, die Antwort auf die Frage, wie lässt sich dieser soziale Gradient erklären, ist, wie Sie sich vorstellen können, keine einfache und es gibt nicht eine einzige Antwort, die alles erklärt, sondern es gibt im Prinzip vier Richtungen, in denen die Forschung die Erklärungen nachgewiesen hat. Und ich möchte diese vier Bereiche ganz kurz erläutern. Und das fängt ja schon, das hat auch Frau Hoffmann schon gezeigt, das fängt schon beim ungeborenen Leben in der Schwangerschaft an. Das heißt, Mütter, die sozial benachteiligt sind, haben erhöhte Risiken, dass sie für die Gesundheit des heranwachsenden Lebens nicht genügend tun, dass sie sich vielleicht ungesund ernähren, dass sie unter Stressbelastung stehen während der Schwangerschaft. Und das wirkt sich dann über Mechanismen, die man heute schon sehr gut erforscht hat, auch langfristig auf die Gesundheit der Kinder später aus. Also ein ganz wichtiger Bereich, vor- und frühkindliche Bedingungen im Milieu, im elterlichen Milieu, in dem Kinder dann aufwachsen. Ein zweiter Bereich, und Sie sehen, das geht sozusagen im Lebensverlauf von der Jugend bis in das Alter hinein. Ein zweiter Bereich, das sind dann die gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen, die ja vorwiegend in der Adoleszenz, während der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter angeeignet werden. Zum Glück werden ja einige dann auch wieder aufgegeben, aber viele verdichten sich dann auch im Erwachsenenleben. Und wir finden leider ausgeprägte soziale Ungleichheiten, wenn es um die Frage geht, wer raucht, wie viel, wer hat Übergewicht, wer ernährt sich ungesund, wer nimmt fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu sich. Da gibt es riesige, nach Bildung, nach Einkommen, nach beruflicher Stellung, riesige Unterschiede, wiederum nach diesem sozialen Gradienten. Ein dritter Erklärungsansatz der Forschung, der versucht, diese Ungleichheit zu erklären, der befasst sich mit der Exposition der Menschen, vor allen Dingen der erwachsenen Menschen, gegenüber den materiellen Belastungen ihres Alltagslebens, aber auch gegenüber den psychischen und sozialen Belastungen, die ja heute gerade da, wo wir materiell vielleicht nur noch wenige Leute in Existenznot leben, sind gerade die psychischen und die sozialen Faktoren von großer Bedeutung. Stichwort Einkommensungleichheit, Stichwort familiäre Situation, Stichwort Wohnlage, und ich habe das deshalb hier fett gedruckt, weil das das Thema ist, das die Frau Hoffmann ja gerade Ihnen in eindrucksvoller Weise dargestellt hat. und Stichwort Arbeit und Beschäftigung und das ist das Thema, eigentlich das Hauptthema jetzt meines Vortrags. Und schließlich gibt es die Unterschiede in der Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung, nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Prävention. Wer geht denn rechtzeitig zum Arzt, zum Beispiel bei Früherkennungsuntersuchungen, wenn noch gar nichts wehtut, aber man trotzdem Risiken vorbeugen sollte. Auch da finden wir überall große Unterschiede nach der sozialen Stellung. Nun, diese Faktoren sind erforscht worden durch viele Arbeitsgruppen weltweit, durch die sogenannte sozial-epidemiologische Forschung. Epidemiologie, den Begriff kennen Sie inzwischen durch Covid-19. Das ist eine Forschungsrichtung, die eben ganze Bevölkerungsgruppen langfristig untersucht, um daraus Schlüsse für Determinanten der Gesundheit herauszubekommen. Und diese Forschungsergebnisse sind deshalb wichtig, weil sie natürlich dann auch hinweisen auf die Ansatzpunkte. Wo könnte man etwas verändern? Wo könnte man etwas an diesen Ungleichheiten verringern? Und das ist auch ein Thema, das ich zum Schluss mit behandeln möchte. Nun also zum eigenen Thema. Gute Arbeit. Was heißt gute Arbeit? Die Vereinten Nationen haben vor einigen Jahren, es ist Ihnen hoffentlich bekannt, die sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele deklariert bis zum Jahr 2030. 17 Ziele und ein Ziel, das ist das Ziel Nummer 8, heißt eben, es soll dafür geworben werden, es soll alles getan werden, um eine kontinuierliche, umfassende und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, volle und produktive Beschäftigung und vor allen Dingen eine gute Arbeitsqualität für alle die, die im Erwerbsleben stehen. Das ist schnell gesagt und in England, in der englischen Sprache heißt das decent work. Aber was meinen wir denn, wenn wir von guter Arbeit sprechen? Ich denke, dass zwei Aspekte da ganz besonders wichtig sind. Das eine ist, dass am Arbeitsplatz, in der Beschäftigung, grundlegende soziale Rechte gewährleistet werden, also Verbot von Gewalt, Willkür, Diskriminierung, dass ein Vertrag da ist, der schützt, der auch gegen Existenzrisiken absichert und dass Menschen beteiligt werden über Information, Kommunikation und Mitwirkung am Geschehen. Ebenso wichtig für gesunde Arbeit ist aber auch, für gute Arbeit ist aber auch, dass die Gesundheit geschützt wird und zwar nicht nur in Form der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten, sondern auch in der Abwehr der körperlichen Schwerarbeit, der körperlichen Schwerarbeit, aber auch der Stressbelastung am Arbeitsplatz und schließlich generell einer Stärkung von Gesundheit durch gute Arbeit. Wenn wir in die Welt schauen, Frau Hoffmann hat ja kurz über die Krankheitslast global auch gesprochen, dann sehen wir, dass es enorme Herausforderungen gibt, wenn es darum geht, gute Arbeit umzusetzen in die Wirklichkeit. Stichwort nur ganz schnell, das wäre ein Thema für einen eigenen Vortrag, ganz schnell die Arbeitslosigkeit. Sie sehen hier 166 Millionen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern sind hiervon betroffen. Dramatisch ist die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Erwerbsbevölkerung weltweit ohne vertragliche Bindung Arbeit, in der sogenannten informellen Beschäftigung, ohne angemessenen Schutz gegen Krankheit, gegen Altersrisiken, also Pension fehlt dann so, keine regelmäßige Bezahlung, keine Beschäftigungssicherheit. Das ist das eigentliche Drama und wie gesagt, die absolut größte Zahl, 90 Prozent davon, im globalen Süden. Deshalb auch die Arbeitsarmut, es werden sehr viele Beschäftigte in Entwicklungsländern eben nicht angemessen bezahlt und erleiden Armut. Und schließlich die arbeitsbedingte Sterblichkeit. Eine neue Studie hat gerade nochmal ermittelt, jedes Jahr gibt es diese 380.000 tödlichen Arbeitsunfälle global und das sind nur die, die registriert sind und Sie sehen absolut die größte Zahl im globalen Süden und nicht bei uns. Wir haben hier in Deutschland und in Europa sehr viele Vorteile, wir haben sehr viele bessere Bedingungen, ich will sie nur stichwortartig nennen, hohe Beschäftigung, wir haben eine qualifizierte Erwerbsbevölkerung mit Wachstum, wir haben einen relativ hohen Arbeits- und Gesundheitsschutz mit sozialer Sicherung, Kündigungsschutz, Mitbestimmung. Wir erfahren im Moment rasant die Automation, die Digitalisierung, Globalisierung, die Verschiebung von der schweren körperlichen Last in die Dienstleistungsarbeit. Aber wir haben auch Risiken und ich glaube, man kann sagen, dass mit der wirtschaftlichen Globalisierung sowohl Vorteile für einige Länder, aber auch durchaus Belastungen mit in die Welt gekommen sind und gerade in den Hochlohnländern leiden viele Beschäftigte unter steigender Arbeitsintensivierung, steigender Arbeitsplatzunsicherheit und einem Anwachsen an sogenannt atypischer Beschäftigung, wo man eben nicht mehr lebenslang für eine ganz klare Stellung angestellt ist oder beschäftigt ist, sondern unsicher ist, wie es weitergeht. Und das ist der Schwerpunkt meines Themas, damit sind wir bei der sozialen Ungleichheit. Ich werde jetzt für diese drei Aspekte ganz kurz etwas empirisch das untermauern. Wir haben ungleiche Bedingungen bezüglich der physikalischen und chemischen Stressoren am Arbeitsplatz. Es gibt allererste Studienergebnisse, dass auch die Infektionsrisiken von Covid-19 sozial ungleich im Erwerbsleben verteilt sind und schließlich auch die psychosoziale Stressbelastung ist heute nicht mehr ein Thema für die Spitzenmanager, sondern je tiefer sie stehen, desto stärker ist die Stressbelastung, wie ich gleich zeigen werde. Zunächst mal ganz kurz, verlorene Jahre, gibt es hier überhaupt den Unterschied nach beruflicher Position? Das ist ja das Rahmenthema der heutigen Tagung, verlorene Jahre. Und wir haben hier eine neuere Studie aus dem Jahr 2015 publiziert, aus dem Deutschen Lebenserwartungssurvey. Hier ist die indirekte Mortalität errechnet worden. Wir haben ja in Deutschland durch die Datenschutzgesetze keine Möglichkeit, den Bildungsgrad zum Beispiel auf dem Totenschein mit zu dokumentieren. Deshalb wissen wir nicht, wie das in Deutschland eigentlich mit der Ungleichheit für die Gesamtbevölkerung aussieht, sondern eben nur für einzelne Studien. Und man sieht hier, bei den Angestellten je tiefer, desto weniger Rest-Lebenserwartung bei den 40-Jährigen. Man sieht bei den Beamten auch die Differenz und schließlich, wenn man die höher qualifizierten Gruppen sieht, ganz klar, dass die restlichen Lebensjahre sehr viel höher sind. Die Differenz zwischen ganz unten und ganz oben ist sogar bei Männern über zehn Jahre und ich habe hier auch noch die Differenz für die Frauen zwischen ganz unten und ganz oben aufgestellt und hier ist sie etwa 7,2 Jahre. Also man sieht hier ganz deutlich, wo man beruflich steht, hat tatsächlich einen engen Zusammenhang mit der Lebenserwartung. Das kann man natürlich nicht alles dadurch erklären, dass die Leute, die niedrig qualifiziert sind, häufiger schwere Lasten tragen, mehr chemische Substanzen, chemischen Substanzen ausgesetzt sind, wenig Kontrolle über die Arbeitszeit, über die Arbeitsbedingungen haben, auch vermehrt durch das Schleppen, durch das schwere Tragen an muskuloskeletalen Beschwerden liegt. Sie sehen, hier sind die Prozentsätze zwischen Niedrigmittel und Hochqualifizierten. Überall gibt es deutlich höhere Prozentsätze, aber das allein reicht natürlich nicht aus. Man muss deshalb weitergehen und muss auch fragen, wie sieht es denn bei der krankheitsbedingten Frührente und den Krankheiten und sogar der Frühsterblichkeit in Folge von krankheitsbedingten Frührente aus. Und da haben neue Studien aus Europa gezeigt, dass in der niedrigsten von drei Berufsgruppen, das ist eine relativ grobe Klassifizierung der gesamten Erwerbsbevölkerung, dass in der niedrigsten Berufsgruppe das Risiko der krankheitsbedingten Frühberenten zwischen drei- und viermal so hoch ist wie in der höchsten. Das sind enorme Unterschiede und wenn man sieht, welches Leiden hinter diesem Zustand der krankheitsbedingten Frühberentung steht, sieht man, dass das wirklich gewaltige Herausforderungen sind. Die Forschung zum sozialen Gradienten von Covid-19 ist noch ganz jung. Ich habe jetzt ein Bild hier gerade mitgebracht, wo nicht der berufliche Status, sondern tatsächlich hier auch die sozioökonomische Benachteiligung der Menschen abgebildet ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Effekte, die Sie hier sehen, für Männer sind sie stärker als für Frauen, dass diese Effekte ähnlich stark sind, wenn man die Population nach dem beruflichen Status schichtet oder wenn man sie nach dem Bildungsgrad schichtet. Man sieht also, je höher die Benachteiligung, Benachteiligung, je niedriger der Status, desto häufiger leiden Menschen an Covid-19 und desto höher ist auch die Sterblichkeit. Vielleicht können wir in der Diskussion darauf zurückkommen. Nun, das moderne Erwerbsleben ist aber nicht mehr unbedingt die körperliche Schwerarbeit, sondern es sind Bürojobs, es sind Dienstleistungsjobs, es geht eigentlich um Arbeitsstress und die Frage ist, kann man auch hier zuverlässig und valide diese Bedingungen erfassen und dazu braucht man ein sogenanntes Modell, ein Arbeitsstressmodell und es gibt zwei, vor allen Dingen zwei Modelle, die weltweit jetzt in vielen Studien untersucht werden. Das erste Modell steht hier, Anforderungskontrollmodell, da geht es darum, dass man sagt, Arbeitsstress entsteht bei den Jobs, wo die Arbeitsaufgaben sehr anspruchsvoll sind im Sinn von quantitativ, also viel Zeitdruck muss man erleben, aber gleichzeitig Kontrolle, Entscheidungsmöglichkeit mitwirken, ganz gering. Bedrohte Kontrolle ist also hier die kritische Dimension und hier gibt es viele Studien, die zeigen, wie das auf den Körper sich negativ auswirkt. Ein ergänzendes Modell, das sind keine Widersprüche, sondern wirklich Ergänzungen, hat unsere Arbeitsgruppe entwickelt mit dem Verausgabungsbelohnungsmodell. Hier geht es darum, dass man sagt, wer ständig viel leistet, viel beiträgt und dafür keine angemessene Belohnung bekommt, der kommt in eine sogenannte Belohnungskrise, vor allen Dingen nicht nur, es geht nicht um Geld, es geht auch um Arbeitsplatzsicherheit, es geht um Aufstiegschancen und es geht um die nicht materielle Anerkennung der Wertschätzung für das, was man leistet und diese beiden Modelle sind jetzt in vielen Studien, internationalen Studien untersucht worden und wie man, wir waren selber erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man sieht hier, das ist eine große europäische Studie, Share, Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, Sie sehen hier wieder diesen sozialen Gradienten, das sind die Un- und Angelernten, die Facharbeiter, die Angestellten, die höher Qualifizierten und schließlich die Manager und Sie sehen die beiden Modelle, Verausgabung, Belohnung, Anforderung, Kontrolle und man sieht, je tiefer die soziale Stellung, desto häufiger sind die Leute von diesen Bedingungen tatsächlich betroffen und da ist natürlich die Frage, ja nun, was macht das, macht das irgendwas für die Gesundheit und wir hatten schon vor über 20 Jahren die Gelegenheit in England diese Dinge zu untersuchen und Sie sehen hier eine Studie der britischen Regierungsbeamten und Beamtinnen, das sind Männer und Frauen hier in London und wenn Sie an diese roten Säulen schauen, auf diese roten Säulen schauen, dann sehen Sie, dass Leute mit hoher Verausgabung, geringer Belohnung am Anfang der Studie, Leute mit geringer Kontrolle an ihrem Arbeitsplatz am Anfang der Studie nach fünf Jahren zweimal so häufig wie diejenigen, die stressfrei am Arbeitsplatz waren, von einer koronaren Herzkrankheit, also einem Herzinfarkt, einer Angina pectoris, betroffen waren im Vergleich zu denen, die eben keine solche Exposition hatten und dabei sind eben wichtige Risikofaktoren statistisch rausgerechnet worden, sodass man nicht sagen kann, naja, die haben eben mehr geraucht oder sich weniger bewegt. Also das war die erste von mehreren Studien, die diesen Zusammenhang belegt haben. Ähnlich für ein zweites sehr wichtiges Krankheitsbild, auch dieses Krankheitsbild ist sozial ungleich verteilt, das ist die Depression. Wie die koronare Herzkrankheit hat auch die Depression einen sozialen Gradienten. Je tiefer in der Gesellschaftsstruktur wir gehen, desto häufiger sind Menschen depressiv, desto häufiger treten koronare Herzkrankheiten auf. Deshalb ist es bei diesen beiden Krankheitsbildern wichtig, zu schauen, ob die moderne Arbeitsqualität auch hier einen Einfluss hatten. Sie sehen hier an einer großen finnischen Studie, die Leute, die da eine besonders starke psychosoziale Arbeitsbelastung hatten, die haben ein sehr deutlich erhöhtes Risiko im Lauf der Jahre durch eine krankheitsbedingte Frühberentung, durch depressive Gefährdung aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Es gibt viele andere Studien, die habe ich hier zusammengefasst, ich bin gleich fertig, die habe ich hier zusammengefasst, Sie sehen Risikoerhöhung für die koronare Herzkrankheit im Durchschnitt 40%, für Depressionen im Durchschnitt 80% und wenn man denkt, dass jede vierte beschäftigte Person eine dieser beiden Formen von Arbeitsstress täglich erlebt, dann sieht man, wie bedeutsam diese Befunde sind. Ich kann also zusammenfassend sagen, gute arbeitssichere Beschäftigung begünstigen Gesundheit. Es gibt den sozialen Gradienten bezüglich dieser Gefährdungen, diese Gefährdungen tragen zu einer höheren Krankheitslast bei und es besteht jetzt die Gefahr, das ist natürlich noch weiter zu untersuchen, dass sich diese Ungleichheiten durch Covid-19 verschärfen. Ich will nur in zwei Minuten noch darauf hinweisen, dass aus diesen Ergebnissen praktische Folgerungen resultieren und die können wir in der Diskussion vertiefen. Zum einen ist die Frage, was kann man tun auf der betrieblichen Ebene, um gute Arbeit zu stärken und Sie sehen hier, es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen und wir können das nachher miteinander besprechen. Es reicht aber nicht aus und jetzt bin ich da sozusagen auch wieder auf der Ebene der Maßnahmen, die Frau Hoffmann angedeutet hat, es reicht nicht aus, einen einzelnen Betrieb gesundheitsförderlich zu gestalten, wir brauchen auch eine nachhaltige nationale arbeits- und sozialpolitische Strategie, die diese Gesundheitsförderung verantreibt und wir wissen, dass Länder, die eine ausgebaute Arbeits- und Sozialpolitik hat, vor allen Dingen skandinavische Wohlfahrtsstaaten, dass die auch eine wirklich im Durchschnitt bessere Arbeits- und Beschäftigungsqualität haben, wobei der Hauptkonflikt natürlich der ist, dass nur die, die langfristig investieren können in Arbeit und Gesundheit dies tun und dass viele aber gezwungen sind, aufgrund des kurzfristigen Gewinnstrebens auf diese Maßnahmen zu verzichten. Meine Damen und Herren, ich habe gezeigt, dass Verbesserung der Qualität von Arbeit und Beschäftigung einen zentralen Ansatz gibt zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit. Ich glaube, wir werden das in der Diskussion vertiefen, dass die Unternehmen, also nicht nur die Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern auch die Berufsgruppen, die mit Arbeits- und Gesundheitsschutz betraffend sind, dass das wichtige Akteure sind hierfür, dass eben Nachhaltigkeit nur dann möglich ist, wenn nationale arbeits- und sozialpolitische Programme hier unterstützend wirken und wir haben, obwohl die Wissenschaft hier sehr viele Belege gezeigt hat, noch immer eine riesige Klopft zwischen dem, was wir wissen und dem, was in der Praxis geschieht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Herr Professor Siegrist, Frau Hoffmann, wenn ich Sie dann auch hier auf die Bühne bitten darf, wir können das jetzt alles noch ein wenig weiter vertiefen und nur für Sie zur Information, wir wollen die Diskussion natürlich offen halten, wir haben hier im Raum zwei Mikrofone, wenn Sie Fragen haben im Laufe des Gesprächs, können Sie gerne sich mit einem kleinen Handzeichen bemerkbar machen, die Mikrofone werden dann zu Ihnen kommen, das heißt, Sie müssen nicht aufstehen und die Mikrofone werden auch anschließend wieder desinfiziert, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, also bleiben Sie sitzen, die Mikrofone kommen zu Ihnen und damit würde ich dann gerne auch einsteigen in die Debatte. Herr Siegrist, vielleicht einfach, um bei Ihrem letzten Punkt nochmal zu bleiben, die Kluft, die danach wie vor besteht, zwischen diesen Erkenntnissen über gesundheitliche Ungleichheit und den Erfordernissen etwas dagegen zu tun, warum geschieht da so wenig? Was ist da für Ihre Erklärung? Ja, also hier müssen wir natürlich jetzt auf die verschiedenen Länder schauen und es ist so, es gibt Länder, in denen diese Tatsachen, die ich hier wirklich sehr komprimiert vorgestellt habe, große politische Aktivitäten ausgelöst haben. Ein Beispiel ist die sozialdemokratische Regierung in Großbritannien unter Tony Blair, da ist im Jahr 2000 ein großes Programm, nationales Programm zur Verringerung der sozialen Ungleichheit der Bevölkerung, also der Gesundheit der Bevölkerung gestartet worden mit riesigen frühkindlichen Erziehungsprogrammen, mit Sanierung von Wohnvierteln, mit sozial, mit sehr vielen sozialen Initiativen, also da ist ein riesiges Programm gemacht worden. Ich kann nachher sagen, warum es heute keine durchschlagenden Erfolge im Jahr 2020 gibt, will aber jetzt sagen in Deutschland, wie sieht das in Deutschland aus? Und in Deutschland hat man eben viele Jahre gesagt, wir haben ein so gutes Gesundheitssystem, dass es eigentlich diese sozialen Schichtunterschiede gar nicht geben kann. Man hat uns gar nicht geglaubt. Wir haben wirklich schon in den 90er Jahren diese Dinge vorgelegt und erst in den letzten zehn Jahren ungefähr hat man gesagt, okay, die Fakten müssen wir anerkennen. Es gibt aber bis heute keine nationale Strategie in Deutschland, um dieses Problem der sozialen Ungleichheit von Gesundheit als nationales Programm anzugehen. Es gibt einige lobenswerte Initiativen, gerade frühkindliche Erziehung, gerade auch bestimmte Gruppen, Migrationsgruppen, sozial benachteiligte Gruppen zu stärken, aber es gibt keine nationale Strategie mit dem Ziel, diese sozialen Ungleichheiten und ich meine 8,6 Jahre zwischen oben und unten, das ist enorm in einer Wohlstandsgesellschaft, die systematisch zu verringern. Frau Hoffmann, wie ist das in Ihrem Forschungsbereich? Ich habe den Eindruck, dass Luftverschmutzung durchaus weiter oben ist auf der politischen Agenda, aber trotzdem, wenn ich mir Ihren Vortrag nochmal in Erinnerung rufe, Sie sagen auch nicht gerade, dass die Politiker dabei sind, da gerade die richtigen Wege einzuschlagen. Ja, Luftverschmutzung ist sicherlich ein wichtiges Thema, haben wir ja letztes Jahr auch sehr gut gesehen, allerdings ist natürlich bei einer wirklich effektiven und stringenten Bekämpfung der Luftverschmutzung geht uns das alles ziemlich an die Nieren, weil es natürlich uns alle dann sehr schnell auch sehr unangenehm betrifft, denn viele liebgewordene Lebensweisen, Verhaltensweisen, die müssten wir halt zum Teil ändern, beziehungsweise es müsste sehr viel Geld da reingesteckt werden, um entsprechende Technologien zu entwickeln, damit wir bestimmte Verhaltensweisen auch weiter durchführen können. Also ein wichtiges Stichwort ist natürlich die Mobilität, die sich verändern muss, wenn wir die Luft in den Städten besser bekommen wollen. Ein anderes Stichwort ist die Ernährung, was vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, dass die Landwirtschaft ein ganz wichtiger Emittent von Vorläufer Substanzen von Feinstaub ist und dass wir mit unserem hohen Fleischkonsum ganz erheblich auch zur Luftverschmutzung beitragen. Dann gibt es natürlich auch so Dinge, die so liebgewordene Sachen, auf die wir ungern verzichten, wie die berühmten Wohlfühlkamine, die also auch zu bestimmten Jahreszeiten in bestimmten Gegenden ganz erheblich zur Luftverschmutzung beitragen. Also es sind viele Dinge, die wir als Gesellschaft ja vielleicht gar nicht unbedingt so gerne wollen, die sich verändern müssten oder die man zumindest anpassen müsste, um wirklich nachhaltig was zu ändern. Und das ist sehr schwer und da muss die Politik, selbst wenn sie es will, natürlich gegen extrem viele Widerstände kämpfen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen verschiedene Grenzwerte, würden Sie lieber in Richtung Null schieben, als in Richtung sagen wir mal 18? Naja, Richtung Null ist natürlich nicht machbar, weil wir natürlich auch einen natürlichen Hintergrund haben an Luftverschmutzung. Also wohin es verschoben werden sollte, da halte ich mich jetzt ganz zurück, sondern lasse die WHO sprechen, die Weltgesundheitsorganisation, die regelmäßig immer wieder Empfehlungen herausgibt, wo denn die Luftverschmutzung, wie weit sie denn abgesenkt werden sollte. Zurzeit basieren die jetzt noch gültigen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation auf den Analysen, die im Jahr 2005 gemacht wurden und da sagt die WHO, dass der PM2,5 Wert, den ich Ihnen gezeigt hatte, der bei uns in Europa gesetzlich bei 25 liegt, auf 10 abgesenkt werden sollte, wobei das ist Stand des Wissens 2005, seitdem wurden eine Vielzahl von Studien gemacht, drei große Studien habe ich Ihnen gerade gezeigt, die Luftqualitätsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation werden gerade überarbeitet, wir erwarten im nächsten Frühjahr die neuen Empfehlungen und wir können ziemlich sicher sein, dass die noch mal deutlich tiefer sein werden. Also das ist das, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für einen nachhaltigen Gesundheitsschutz und da sind wir in Europa extrem weit weg, nur so als Hintergrundinformation, die USA haben einen Wert von 12 Mikrogramm, wir sind bei 25. Interessant, dass es da diesen Unterschied gibt. Jetzt erinnere ich mich an Ihre Darstellungen hier aus der Luft von verschiedenen Straßen in Düsseldorf und in Hannover über die Belastung dort, wie die sich in Städten unterschiedlich verteilt und ich frage mich da, wie erklären Sie sich das, dass in solchen besonders belastenden Gebieten, also wir reden da ja gerade über Akzeptanz auch von verschiedenen Maßnahmen, wie erklären sich das, dass in solchen besonders belasteten Gebieten die Menschen nicht auf die Straße gehen und gegen die hohe Belastung demonstrieren, dass wir solche Proteste an bestimmten Orten, wo es besonders schlimm ist, wo es sich besonders konzentriert, dass wir die überhaupt nicht sehen? Teilweise gelegentlich sehen wir sowas ja schon mal, aber also eine Sache ist natürlich Luftverschmutzung in den Größenordnungen, wie wir sie hier in Deutschland haben, die sieht man nicht, die riecht man nicht, man spürt sie nicht, also ich denke für viele ist das Bewusstsein gar nicht da und ehrlich gesagt, bevor ich nicht in diesem Forschungsbereich tätig war, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, das kann doch alles gar nicht so schlimm sein, also ich denke, das Bewusstsein für die Bedeutung der Luftverschmutzung auch und gerade bei den Leveln, die wir hier sehen in Deutschland, die ist einfach nicht da. Und wenn Sie das sagen, wenn ich Sie da gerade so persönlich fragen darf, durch Ihre Forschungserkenntnisse, haben Sie etwas in Ihrem Leben geändert? Gibt es etwas, was Sie anders machen? Ja, wir haben auch, als wir gebaut haben, habe ich noch nicht in der Umweltepidemiologie gearbeitet und wir haben einen Kamin eingebaut und der darf natürlich nicht mehr angemacht werden. Sehr zum Leidwesen meines Mannes, dass wir jetzt unseren schönen Kaminofen nicht mehr brennen lassen. Herr Siegerst, wenn ich da nochmal zu Ihnen kommen darf, Sie haben beschrieben, wie die Ungleichheit die gesundheitliche Ungleichheit vor allen Dingen in Deutschland gerade jetzt aussieht mit den verschiedenen Tabellen und dass es da eben bei Männern zum Beispiel diesen unglaublich hohen Unterschied von zehn Jahren an Lebenserwartung gibt zwischen oberster und unterster Schicht. Jetzt haben wir ja, lesen wir immer wieder, dass sich natürlich bei den Arbeitsbedingungen und auch sonst im gesellschaftlichen Leben in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren vieles geändert hat, auch vieles verbessert hat. Können Sie uns einen Einblick geben darüber, wie sich diese Unterschiede über die Zeit entwickeln? Sind wir da möglicherweise gerade bei einem Punkt, wo wir sagen können, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann sind wir vielleicht in fünf Jahren schon bei einem sehr viel niedrigen, bei einem sehr viel kleineren Unterschied an Lebenserwartung? Ja, das wäre ja schön, das wäre ja das, was wir eigentlich anstreben und wir versuchen natürlich auch nicht nur Wissenschaft zu betreiben, sondern die Wissenschaft in die Praxis überzuführen und ich persönlich arbeite mit der ILO, also mit der Internationalen Arbeitsorganisation und mit der WHO, der Weltgesundheitsorganisation zusammen, um hier eben die Missstände zu verringern. Die Antwort auf Ihre Frage ist eine ja, eine ambivalente. Auf der einen Seite sehen wir durchaus, dass es Verbesserungen gibt im Durchschnitt, gibt also auch zum Beispiel die Arbeitszeiten durch die Arbeitsschutzzeitregulierung Gesetzgebung durch den Ausbau der Arbeitssicherheit. Wir haben enorme Verbesserung des Arbeitsunfalls Geschehens zum Beispiel erreicht. Da ist Deutschland übrigens führend, auch international. Auf der anderen Seite sehen wir eine steigende Arbeitsintensivierung. Das können wir durch Längsschnittstudien zwischen 1995, 2005, 2015 an sogenannten Kohorten feststellen. Wir können zeigen, die Arbeitsintensivierung nimmt zu. Mit der Globalisierung der Wirtschaft wird in den Hochlohnländern der Druck enorm steigt an. Die Arbeitsplatzsicherheit nimmt ab, die Arbeitsplatzunsicherheit nimmt zu, die atypischen Verhältnisse nehmen zu. Und gerade die Unterprivilegierten in Hinblick auf Bildung, in Hinblick auf Verwendbarkeit in Neuen oder Umlernen in neue Berufe, Verwendbarkeit in unterschiedlichen Jobs, diese Ungleichheiten, wer kann sich weiterentwickeln, wer kann versetzt werden, wer kann mit seiner Qualifikation gebraucht werden, wer nicht. Diese Ungleichheiten, die nehmen zu. Kann man denn an diesen Stressfaktoren überhaupt politisch etwas ändern? Ja, kann man, natürlich. Ich meine, wir haben ja gesehen, das eine ist die Frage zum Beispiel Anforderung und Kontrolle. Ich kann versuchen, die Arbeitssituation zu bereichern, also das Arbeitsprofil zu bereichern, anzureichern, entschuldigen Sie, anzureichern. Ich kann versuchen, von dieser Taktarbeit, Fließbandarbeit wegzukommen. Es gibt eine enorme Möglichkeit, die Arbeitsqualität zu verbessern. ich kann faire Bezahlung, leistungsgerechte Bezahlungen versuchen umzusetzen. Ich kann das Führungsverhalten versuchen zu verbessern. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wenn wir schauen, was die Betriebe machen, 85 Prozent der Betriebe, die sagen, ja, wir machen betriebliche Gesundheitsförderung. Wenn sie hingehen und gucken, was machen die? Kantine essen ist sicherlich gut, körperliche Bewegung, Viertelstunde Entspannungsübungen in den Pausen, Rauchentwöhnungskurse. Das ist alles löblich, aber das ändert natürlich nichts an den wirklich harten Bedingungen. Das heißt, 85 Prozent dessen, was an betrieblicher Gesundheitsförderung in Deutschland praktiziert wird, ist individuenbezogen, ist verhaltensbezogen, tangiert nicht die Verhältnisse. Also hier wäre sehr viel zu machen und hier gibt es leider noch, gerade bei den mittleren, mittelgroßen Unternehmen, die einfach um die Existenz kämpfen, gar keine Möglichkeit. Die Großunternehmen, die transnational aufgestellt sind, das sind eher Modelle guter Praxis, die wollen ja qualifizierte Beschäftigte rekrutieren, die können langfristig investieren, also da gibt es Ansätze, aber das sind eben, das ist eben nur ein ganz kleiner Teil. Das heißt, Sie sagen, auch für die Unternehmen gibt es eigentlich darin, da einen Benefit darauf zu achten? Das ist auch belegt. Man kann zeigen, dass Investitionen in Gesundheit, dass die sich spätestens nach fünf Jahren materiell im Return on Investment auszahlen. Aber welches Unternehmen hat sozusagen den langen Atem, jetzt in die Zukunft zu investieren? Das ist eben die Frage. Ich schaue hier gerade auf die Uhr, wir haben 20 nach 7, wir haben noch etwas Zeit, aber ich sage nur noch mal, wenn es Fragen gibt aus dem Publikum, bitte gerne Handzeichen, und dann können wir da direkt einsteigen. Ich sehe zunächst mal die Dame dort drüben, da wird gleich ein Mikrofon zu Ihnen kommen und als nächstes ist ein Herr dort oben dran. Vielleicht könnten Sie sich jeweils ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Mein Name ist Ursula Ravens, ich bin auch Seniorprofessorin, aber für Pharmakologie. Meine Frage bezieht sich auf die Geschlechterunterschiede. Wir sind ja in der Medizin daran gewöhnt, die Erkrankungen von Frauen und Männern getrennt zu betrachten und sehen da auch ganz erhebliche Unterschiede. Bei beiden von Ihnen habe ich auch Unterschiede gesehen, Sie haben diese Frage berücksichtigt. Ich war jetzt sehr erstaunt, dass bei den Covid-19-Prognosen und den Erkrankungen die Männer eigentlich schlechter dastanden als die Frauen, wo doch wir immer wieder wissen, dass Frauen im beruflichen Leben zumindest, was das Einkommen anbelangt, auch heute noch benachteiligt sind. Und dafür würde ich gerne einen Kommentar von Ihnen haben. Darf ich? Ja, vielen Dank für die Frage natürlich. Auch das wäre ein Thema für den gesamten Abend natürlich, die Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf soziale Ungleichheit von Gesundheit. Bei Covid-19 ist es so, dass sich ja zunächst mal die Zahlen auf die erwerbstätige Bevölkerung beziehen. und hier ist es in der Tat so, dass Männer verstärkt in Berufen tätig sind, in denen die Exposition einfach sehr viel höher ist. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Pflegekräfte. Da haben Sie recht, da sind eher Frauen, die sind auch direkt mit Covid-19 befasst, da sind die eher gefährdet. Aber abgesehen davon ist die Expositionshäufigkeit für die Ansteckung am Arbeitsplatz bei Gaststätten, Gaststättenberufen, bei Transportberufen, bei einfachen Tätigkeiten, denken Sie an diese Schlachtereibetriebe, Fleischverarbeitungsbetriebe und so weiter. Da sind in der Tat sehr viel mehr Männer als Frauen beschäftigt und da sind die Expositionsraten entsprechend höher. Gut, und dann hatten wir eine Frage dort oben. Der Herr. Mein Name ist Brettschneider, ich bin Mediziner im Unruhestand. Ich habe eine Frage, können Sie das Problem Henne-Ei lösen? Sind sozioökonomische Bedingungen schlechte Voraussetzungen für das, was Mitschallig sagten, psychosoziale Immobilität oder umgekehrt, ist die psychosoziale Immobilität Voraussetzung für schlechte sozioökonomische Bedingungen? Ja, vielen Dank. Auch das natürlich eine spannende Frage. Wir sprechen von der sozialen Selektion im Gegensatz zur sozialen Verursachung. Und in der Tat muss man fragen, kann es so sein, dass die niedrige Schicht Zugehörigkeit eher die Folge von ungünstigen Bedingungen wie erhöhte Krankheit, ungünstige Gene und so weiter ist und nicht eine Ursache? Und es gibt eine ganze Reihe von Längsschnittstudien, die genau diese Frage untersucht haben. Die Antwort ist schlicht und einfach die, man kann ungefähr in der Größenordnung sagen, 15% der Varianz geht auf genau das, was Sie sagen, 85% der Varianz geht auf die soziale Verursachung. Also man muss das immer kritisch sehen und es gibt auch viele, die nach wie vor sagen, nein, das liegt alles an Genen oder es liegt an der Intelligenz oder an irgendwas. Diese Kritik muss man ernst nehmen, muss man einbeziehen und dann zeigen, bei Genen ist es sicherlich schwierig, das alles zu beweisen. Es ist auch unklar, ob Gene wirklich diesen sozialen Gradienten ausmachen können, dafür gibt es eigentlich gar keine Modelle. Also man muss diese Faktoren einbeziehen und dann zeigen, ja, sie spielen eine Rolle, aber der Stellenwert dieser Argumente ist leider, sage ich jetzt, begrenzt und die große Lastung liegt wirklich auf den kausalen Faktoren. Gut, vielen Dank. Ich sehe gerade keine weitere Frage. Frage, ich habe allerdings eine Frage gerade noch, die mir kommt, weil wir über Corona gesprochen haben. Frau Hoffmann, inwiefern macht sich Covid denn in Ihrer Forschung bemerkbar, wenn wir über Umweltbelastung sprechen und wie sie sich auf verschiedene Bevölkerungsgruppen auswirkt? Ist das für Sie ein großes Thema, Covid? Ja, das ist ein sehr großes Thema gewesen oder ist es weiterhin ein sehr großes Thema, vor allen Dingen nachdem relativ früh in der Pandemie es einige Publikationen gab, die also gezeigt haben, dass insbesondere in den Regionen, wo eine sehr hohe Luftverschmutzung vorliegt, also zum Beispiel natürlich China, aber auch die Lombardei, Paris, New York, dass da eben auch besonders viele Corona-Tote gewesen sind. und da wurde dann etwas voreilig sehr starke Schlüsse gezogen, dass also die Luftverschmutzung verantwortlich ist für diese starken Todesfälle. Das hat sich inzwischen so ein bisschen relativiert und was natürlich klar ist, wir haben da eben darüber gesprochen, Luftverschmutzung verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen und wir wissen natürlich auch, dass Leute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkrankungen besonders mit besonders schweren Corona-Verläufen oder Covid-19-Verläufen reagieren. Insofern ist es absolut plausibel, dass da, wo viel Luftverschmutzung ist, auch mehr Leute oder dann tatsächlich schwere Corona-Verläufe haben. Aber diese ursprünglichen Studien, die das also sehr holzschnittsartig gezeigt haben und viele weitere Faktoren missachtet haben, die haben diesen Zusammenhang sicherlich übertrieben. Darüber hinaus gibt es auch oder gab es die Vermutung, dass die Luftverschmutzung, insbesondere die Feinstaubpartikelchen, sozusagen als Taxi für Corona-Viren dienen und damit halt dafür sorgen, dass die Corona-Viren tiefer in die Lunge eindringen und deswegen eben die Luftverschmutzung so zu den schweren Verläufen beiträgt. Das hat sich bisher eigentlich in keiner Studie wirklich gezeigt. Was wir aber wissen ist, dass Luftverschmutzung die körpereigenen Abwehrmechanismen verstärkt, nicht verstärkt, sondern lahmlegt natürlich in der Lunge und dass dann natürlich Corona-Viren, aber auch andere Viren, das kennen wir von MERS und von dem SARS-1, den wir vor ein paar Jahren hatten und auch von normalen Lungenentzündungen, dass Leute mit einer hohen Luftschadstoffbelastung auch häufiger mit schweren Lungenentzündungen reagieren. Das heißt, an diesem Punkt haben wir dann auch wieder die soziale Ungleichheit im Spiel, dass Menschen, die eben in solchen Gegenden wohnen, wo die Luftbelastung besonders hoch ist, durchaus auch anfälliger sind für Erkrankungen wie Covid. Ja, das kann man so sagen, weil sie einfach eben mehr Vorerkrankungen haben, die sie dann empfindlich machen für den Erreger. Gut, dann, wenn wir über, vor allen Dingen über Städte sprechen, wir hatten Ihre Bilder hier noch, die haben wir noch vor Augen mit den Straßen, mit der unterschiedlichen Belastung. Jetzt leben wir in einer Zeit, Herr Sieger, die Frage spielt sich auch für Sie eine Rolle, in der sich da ja gerade einiges verändert. Wir haben eine, zumindest wird es von der Bundesregierung forciert, eine Verkehrswende, es sollen zunehmend Elektroautos auf die Straße, das heißt natürlich, dass ein großer Teil der Belastung, der Umweltbelastung, auch der Belastung der Luft abnehmen wird. Wir haben gleichzeitig eine Energiewende, das heißt, Kohlekraftwerke werden abgebaut und insgesamt schreiben sich immer mehr Unternehmen ein grüneres Wirtschaften auf die Fahne. Könnte es sein, dass wir in wenigen Jahren solche Straßen, wie Sie sie hier aufgezeichnet haben, diese rot markierten Straßen, dass wir die gar nicht mehr haben, weil dann da auf einmal alles ruhig ist und weil da nur noch Autos fahren, die gar keine Abgase mehr hinten raus lassen? Das wäre natürlich ganz toll, wenn das so wäre. Ich möchte ein Wort der Vorsicht äußern gegenüber Elektromobilität. Autos produzieren natürlich einerseits Schadstoffe, die hinten aus dem Auspuff rauskommen, aber inzwischen ist es so, das ist ja tatsächlich schon durch die bisherigen Regulierungen deutlich abgesenkt worden. Inzwischen kommt ungefähr genauso viel wie das, was hinten aus dem Auspuff rauskommt, vom Bremsabrieb, vom Reifenabrieb und vom Straßenabrieb. Das ist also auch eine ganze Menge Emissionen, die wir dadurch haben, die natürlich auch ein Elektroauto nicht lösen kann. Was außerdem ein Elektroauto natürlich nicht lösen kann, ist der Strom muss irgendwo herkommen und solange wir nicht unseren Strom mit grüner Energie produzieren, sondern durch Braunkohle oder Kohlekraftwerke unter anderem, geht das natürlich auch mit indirekten Emissionen einher. Nicht mehr in der Straße selbst, sondern weiter weg in irgendeinem Kohlerevier, aber die Emissionen sind immer noch da. Und der dritte Punkt, was Elektromobilität anbelangt, wenn wir jetzt einfach nur jedes Verbrennerauto durch ein Elektroauto ersetzen, haben wir die Probleme in unseren Städten nicht gelöst. Die Probleme in den Städten gehen ja über schlechte Luft und Lärm hinaus. Und ich hatte das am Anfang mal gezeigt, es hat auch was mit dem Platzverbrauch zu tun. Der rollende und vor allen Dingen auch der parkende Verkehr nimmt so viel Platz in Anspruch, es wird so viel zubetoniert, dass es zum Beispiel zur Aufheizung der Städte kommt. Jeder, der in den letzten Sommern in der Stadt war, hat das genau erlebt, wie viel heißer es wird. Und auch das ist gesundheitsschädlich, die Autos führen zu einem ungesunden Lebensstil im Sinne von die körperliche Bewegung nimmt ab, die Kinder lernen schon im Autositz zu sitzen anstatt auf dem Fahrrad zu sitzen und nach wie vor ist Bewegung der wichtigste Präventionsfaktor, den wir eigentlich kennen für die allgemeine Gesundheit. Das heißt, wie gesagt, einfach nur Verbrenner durch Elektroautos zu ersetzen, ist sicherlich nicht die Lösung. Das muss schon gekoppelt werden mit einem generellen Umdenken der Mobilität hin zu mehr aktiver Mobilität, aktivem Transport, also sprich, die Städte müssen so gestaltet werden, dass es Spaß macht, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Das muss so attraktiv werden, es muss attraktiver sein als das Autofahren, Das sage ich jetzt hier im VW-Land, aber muss auch mal gesagt werden, wir müssen auf Dauer unsere Städte attraktiver für den aktiven Transport machen und das Auto muss für Sondereinsätze reserviert bleiben. Herr Sigrid Könnte das ein Zugangsweg sein, auch zu Ihrer Thematik gesundheitliche Ungleichheit zu beseitigen, indem wir vielleicht das Leben in den Innenstädten attraktiver machen und möglicherweise auch etwas weniger Stress belastet? Naja, also was die Zukunft des Erwerbslebens betrifft, sehe ich die Lösungen jetzt nicht so singulär, wie jetzt im Zusammenhang Umstellung von Verbrennungsmotor zur Elektroauto Industrie. Wir sehen ja, dass es gerade eine hohe Unsicherheit gibt bezüglich der Beschäftigung, Beschäftigungsgarantie. Wir sehen im Moment den Einbruch durch die Infektion, die wirtschaftliche Unsicherheit. Wir sehen die Folgen der Finanzkrisen, die ist ja nicht von der Welt, die ist ja nicht aus der Welt, die Finanzkrise. Es gibt natürlich Faktoren, zum Beispiel vermehrt Homeoffice im Moment, das ist sicherlich eine Möglichkeit Stress abzubauen, aber nicht nur, es gibt auch schon die ersten Studien, die zeigen, nein, die Leute arbeiten dann mehr, es gibt keine Kontrolle mehr, gerade Leute, die hoch motiviert sind, die also praktisch nur für die Arbeit leben, die überarbeiten sich dabei, die mangelnde Trennung zwischen Privatheit und Arbeit, es ist also nicht so, dass das automatisch zu einer Stressverringerung führt. Ich denke generell, und wir haben auch zum Beispiel eine älter werdende Bevölkerung, die anfälliger ist für die, auch die psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz, die Frage, wie lange halten die durch, oder müssen die wirklich alle früh berentet werden, also die Herausforderungen sind im Grunde sehr, sehr hoch und es ist leider so, dass wir nicht hier einen einzigen Ansatzpunkt haben, wo wir sagen können, hier wird alles besser. Also ich bin da eher skeptisch und denke, wir müssen wachsam sein und wir müssen die guten Initiativen, die es gibt, sehr stark fördern. Gut, dann schaue ich bei diesem skeptischen Blick in die Zukunft einmal kurz auf die Uhr. Wir haben unsere Zeit hier bereits überschritten, ich würde trotzdem gerne noch von Ihnen beiden ganz kurz einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir über dieses Thema sprechen, bei Ihnen, Herr Siegrist, gesundheitliche Ungleichheit, wenn wir uns hier in, sagen wir, fünf Jahren wieder treffen und über dieses Thema reden, wie viel Hoffnung haben Sie, dass sich bis dahin etwas an diesen Zahlen, wie Sie sie hier gezeigt haben, grundlegend geändert haben wird? Also ich glaube schon, wir unterscheiden ja zwischen der relativen Ungleichheit wo wir die von unten gegenüber denen von oben vergleichen und die absolute Ungleichheit, also wie hoch ist die Sterblichkeit an einer Krankheit bei den Niedriggebildeten, bei den Hochgebildeten. Und ich glaube, dass wir die absolute Ungleichheit durch gezielte Programme, durch gezielte Maßnahmen durchaus senken können. Das ist realistisch, das ist für bestimmte präventive Aspekte schon gezeigt worden, dass zum Beispiel die Herz-Kreislauf- Sterblichkeit bei den bildungsschwachen Gruppen genauso stark abnimmt wie bei den bildungsstarken Gruppen. Und ich denke, auch die Arbeitsbedingungen, dass wir die Häufigkeit der Exposition, dass wir die bei den Benachteiligten senken können. Ob wir damit die relativen Unterschiede zwischen ganz oben und ganz unten verbessern, da bin ich skeptisch, weil die Höchstgestellten ja auch immer, die sind, die am meisten profitieren, die am schnellsten reagieren, die am besten die Vorteile nutzen, sodass sich die Ungleichheit im Grunde immer wieder fortsetzt. Aber die absoluten Ungleichheiten können wir verringern und da muss unser Fokus, unser Schwerpunkt auf diesen Aktivitäten liegen. Frau Hoffmann, die Luftverschmutzung, ich meine, das ist natürlich das riesige Thema und weltweit eine Frage, die von ganz zentraler Bedeutung ist, aber wie groß ist da Ihre Hoffnung mit Blick auf fünf Jahre? Haben wir das Thema dann im Griff? Also im Griff haben, denke ich, ist ein bisschen zu weit gefasst, aber vor allen Dingen hoffe ich, dass wir es jetzt erstmal schaffen, ich sag mal, den umweltpolitischen Rollback, den wir gerade erleben im Zuge der Corona-Krise und der Wirtschaftskrise, dass wir den einfangen und aufhalten können. In den USA haben Sie vielleicht auch gelesen, sind über 80 Umweltgesetze bereits ausgesetzt worden unter der jetzigen Regierung, unter anderem eben um die Wirtschaft zu stützen. Ich hoffe, dass wir das hier in Europa nicht in dem Maße erleben, sondern dass wir das hier besser im Griff haben und dass es natürlich weitergeht. Ich denke, hier ist es eher so, steht da, Tropfen hüllt den Stein. In fünf Jahren werden wir nicht, irgendwie wird hier nicht alles gut sein, was die Luftverschmutzung anbelangt, aber ich hoffe, dass es besser ist, besser wird. Vor allen Dingen macht mir Hoffnung, dass viele Städte jetzt den Weg nach vorne gehen. Ein gutes Beispiel ist Paris, wo also wirklich konsequent auch unter Zustimmung der Bevölkerung die Pariser Oberbürgermeisterin wirklich ganz konsequent den Weg hin zu einer grünen, nachhaltigen, nicht autofrei, aber autoarmen Stadt bahnt und sie ist jetzt wiedergewählt worden mit großer Zustimmung, also das scheint die Bevölkerung schon zu schätzen, was da in Paris jetzt läuft und ich denke, da wird es mehr und mehr solcher Beispiele geben, auch in Deutschland gibt es ja diverse Ansätze, wenn man nach Basel guckt, Basel ist eine fast autofreie Innenstadt, das führt zu so einer hohen Lebensqualität, ich denke, das wird mehr und mehr auch den Menschen bewusst werden, wie angenehm es ist, in einer autoarmen Innenstadt zu leben, die eben den aktiven Transport fördert, dass sich das so nach und nach durchsetzen wird und die Städte werden da glaube ich eine wichtige Rolle spielen. Gut, dann können wir den Abend zumindest mit einigen positiven Beispielen beenden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie alle heute hierhergekommen sind. Ich danke den Organisatoren bei der Leopoldina, Frau Diekmann, vielen Dank, der Volkswagen Stiftung natürlich, dass wir hier sein durften in diesem tollen Saal und ich danke ganz besonders unseren beiden Referenten, Frau Hoffmann, Herr Siegrist. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020